Ich bin Angelika Reichle und ich habe die Tee- und Weinecke hier in Kirchheim in der Flachstraße. Bei uns gibt es Tee, Gewürze, Weine, jeglicher Art. Einfach mal vorbeischauen. Wir sind auch bei Gusto Regio. Der Herr Jochen Brasch macht das super. Und ich wünsche ihm viel Glück für die neue Investition, was er da so macht. Gratuliere ich ganz herzlich.